Ja, Halleluja, hallo Freunde der guten Laune und willkommen zum Finnisch Cottage Simulator, der gerade seinen Release im Early Access heiert und worum es hier genau geht, werden wir uns genauer angucken. Laut Beschreibung, das leider aktuell nur auf Englisch erhältlich ist, also das Spiel, das gibt es nur auf Englisch, nicht auf Deutsch, sollen wir halt das Leben eines finnischen Buben führen. Wir können grillen, wir können arbeiten, wir können uns mit anderen Leuten treffen und es wird auf alle Fälle sehr spannend. Erstmal Charakter. Oh, wo sind wir denn so alt? Können wir aber auch unser Gesicht ein bisschen ändern? Wäre irgendwie geil. Okay, gut, wir nehmen einfach das, was wir jetzt hier haben und gehen einfach mal auf Play. A New Game. Oh, okay. Ja, wie es sich für die Finn gehört, die sind halt richtige Rallye-Fahrer. Boah, das sieht aber wirklich schön aus. Oh, das habe ich auch Bock finden zu werden. Ist das jetzt die Grafik? Oh, das sieht ja stark aus. Äh. Open Pocket. Nö, irgendjemand ruft mich ja an. No, I managed myself. Okay. Okay, also wir können jederzeit anrufen. Das ist ja schon mal sehr gut. Wow, das sieht so schön aus. Erstmal kann ich den Kontroll... Kontroller können wir auch benutzen. Oh, wie geil. Okay. Oh, schön. Hier wohnen wir. Oh, die Bienen haben uns getötet. Okay. Äh, wo, wo, wo sind denn Bienen hier? Da oben. Sektelan. Okay, gut. Wir gucken uns woanders erstmal oben. Oh. Okay. Oh, shit. Ducken können wir uns. Ah. Okay, gut. Da haben wir Bienen. So, oben. Ah. Okay. Was ist das? Streichhützer. Na. We move. Ach, wir können auch in die Sauna gehen. Warte mal. Right Pocket. Left Pocket. Egal. Äh, äh, oh. Nein, 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 nein. Ach, verdammt. Empty. Nee, du. So. Okay. Guck mal, wir haben einen Schlüssel. Take the key and open the door. Aha. Ich wollte mir das Messer hier nehmen. Oh. Nein, 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 nein. Verdammt. Gut. Äh, wie stehe ich wieder auf? Okay. Habe ich das Messer jetzt? Ja. Okay. Gut. Da ist ein Bienen. Hier ist ein Klo. Das Klo nicht öffnen. Oh. Okay. Ich kann es jetzt feil lassen. So. Egal. Hä? Nee. Was ist denn? Ah. So. Jetzt aber nochmal. Ah. Turn on. Okay. Hier ist eine Flasche. Nein. Der gute Alkohol. Pump. Ja. So. Lass mal los. Kann ich hier wieder einsteigen? Gut. Ich kann hier nicht einsteigen. So. Wir können ja von hinten mal gucken, ob wir hier irgendwas finden. Okay. Nein, 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 nein. So. Warte mal. Ich kann ich damit hier das kaputt machen. Und. Oh fuck. So. Okay. Das ist ein Moped. Fuel ist drin. So. Packen wir mal hier hin. Okay. Du. Ich habe eine richtig geile Idee. Nothing much. Okay. So. Kann ich auch jemand Neues anrufen? Okay. 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 So. Also wir haben auf alle Fälle Feuer. Der Axe konnte ich jetzt nicht viel machen. Oh. Ich kann mir mal ein Moped hier nehmen. Äh. Turn on. Nee. So. Yeah. Äh. Und nun? Nein. Was machst du? Was machst du? Bau es wieder an. Bau es da wieder rein. Nein. Bau es wieder rein. Das brauchen wir noch. Put Engine. Ja. Bitte. Put. Put. Mach doch das da wieder ganz. Bitte. Nein. Nein. Ich habe es kaputt gemacht. Oh Gott. Das ist so. Oh Gott. Das ist so. Pull up. Äh. Okay. Normal. Ist wieder drin, wa? Oh. Ist wieder drin. Okay. Gut. Turn off Handbrake. Oh Gott. Ja. Aber es ist Handbrake. Ah. Space. Okay. Gut. Alter. Ich glaube es wird doch langsam dunkel hier, wa? Ich komme mit ja irgendwo an irgendein Haus oder so. Die mir dabei helfen können. Oh. Was ist das hier? Oh Gott. Das ist so. Ist da wirklich was zu trinken? Warte mal. Alkohol. Ja. Warte mal. Ich glaube. Warte mal. Ah. Verdammte Scheiße aber auch. Ja. Kann man machen. Nein. Ach. Mann. So. Renn mit mir. Nee. 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 Du. Ich habe immerhin was geschafft. Oh. Stimmt. Können wir auch. Das ist voll ärgerlich, dass ich Streichhützer verloren habe. Ach ey. Ich gehe mal mit den schmeißen. So. Hier haben wir unsere Axt. Was? Ich will nicht mehr hacken. Bin zu blöd für alle. Komm ich gehe einfach mal den Weg lang. Oh. Eine Blume. So auffällig. Die können wir aber nicht pflücken. Wir haben heute gar nichts geschafft hier. Was ist denn hier? Hallo? Kannst du auch so nieren? Okay. Ich brauche noch Feuer. Ah. Jetzt. Warte mal. Öffnen. Ah. Was für ein schöner Tag. Noch einen Schluck. Oh. Ist es leer oder was? Nee. Okay. Ich gehe dann irgendwie jetzt hier einpacken. Oh. Wir sind leicht angetrunken. Wer ist denn das hier? Ey. Kumpel. Okay. I have an X. I coach have some locks for you. Ah. Krass. Wir haben es geschafft. Okay. Ich hole eine Axt. Da. 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 Pack mal schon mal beiseite. Ah. Oh. Yeah. Ich will der Allerbeste sein. Geil. Cool. Ah. Oh. Verdammt. Ich will jetzt hier Auto fahren irgendwie? Kaffee. Öh. Bier. So. Yeah. Ja, Archi. Wie lange trägt ich denn? Nimm das. Brauchen wir das? Finde ich hier jemals die Streichhölzer. Was sind sie? Nein. Ach, verdammte Scheiße aber auch. Okay. Kann ich eigentlich irgendwas in meinen Korb hier wieder reinpacken? Also irgendwie so. Packen wir einfach mal hier rein. So. Was ist das? Würstchen. Was ist das süß? Was haben wir noch hier? Bier. Zigaretten. Alkohol. Okay. Pull up. Verdammt. So. Okay. So. Juice. Okay. Ich guck mal, ob ich einen Supermarkt finde. So. Irgendwas gegen die Bienen hier finden können. Der ist ja auch gar nichts, wa? Nein. Verdammt. Oh. Äh. Kann ja bestimmt umfahren, oder? Äh. Warum komm ich hier nicht hoch? Ach. Okay. Finnland ist doch ein bisschen sehr klein. So. Da wohnen wir, glaube ich. Ich fahre jetzt einfach nochmal hier entlang. Oh. Ich stecke, glaube ich. Keine Ahnung. Wo geht es hier lang? Äh. Finn ist hier nichts los. Muss aber nicht viel heißen. Ist das in Finnland wirklich so? Oh. Ich glaube, da ist wieder das Ende. Ja. Wir fahren mal hier rein. Faszinierend. Im Endeffekt ist es ja eigentlich ganz simpel. So richtige Aufgabenstellungen haben wir ja auch nicht. Da geht ein schon wieder Böses. Irgendwann kommen wir ja am Ende der Strecke an. Okay. So. Das ist natürlich die Frage. Wo fahre ich jetzt gerade lang? Was ist denn wieder so ein Baumstamm? Das ist aber auch nichts. Da war kein Häuschen. Ja. Gute Frage. Muss ich denn jetzt hier lang? Das war geradeaus. Ach. Guck mal. Hier kommt ein Häuschen. Da sind mehrere Häuser. Oh. Sieht aus wie ein Laden. Oh. Ich hab's geschafft. Oh. Möbelladen. Äh. Wer macht der auf? Ah. Verdammt. Guck mal. Hier sind mehrere Häuser. Vor Trauens erwecken kommst du da abends an. Oh. Hallöchen. Ich weiß nicht, wo ich bin. Hallo. Hallö. Okay. Du machst mir Angst. Ja. Alles gut. Oh. Okay. Ach. Du hast auch eine Sauna. Schön. Oh. Cool. Oh. Schön. Oh. Schön. Äh. 20 Minutes. Hast du Licht hier? Geil. Hi. Oh. Darf ich mit dir schlafen kommen? Äh. Ach. Man kann sich auch echt hier treffen, wa? Oh. Sieht ein bisschen traurig aus. Oh. Jetzt ist es ganz doll traurig. Oh. 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 Nicht das kaputt machen. Hast du kein Fernseher hier? Hast du überhaupt Alkohol? Was hast du hier? Sugar. Okay. Irgendwann geht es aber immer wieder. Bist du auch einen Schluck haben? Ach. So schläfst du wahrscheinlich am besten. Ah. Gut. Wir legen uns nochmal schlafen. Wann kann ich eigentlich immer nur... Wow. Okay. Ich hab keinen Plan, was ich noch machen soll. Ach. Scheiße. Okay. Na lang. Komm. Hier lang. Ich bin ja in Ernst. Wir kriegen ihn jetzt hier eigentlich wieder raus. In Ernst, ey. Hallo? Ich hab's endlich geschafft. So. Pull up. Ach. Alter Scheiße, wo bin ich denn hier? Sieht man von hier aus mein Haus irgendwie? Alter Falter. Okay. So. Journal. Ähm. Moped, Fuel. Okay. Ah. Hier haben wir... Oh, guck mal. Auf. Oh, das sieht aber schön aus. Das sieht toll aus. Wow. Oh, 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 oh. Ah. 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 Ah.